Was meinte ich? Wir brauchen Eisen, ne? Für die Badewanne. Das heißt, ich schnapp mir hier mal unser Boot. Und dann geht's erstmal hier rüber. Das sieht wirklich schön aus. Vom Dach mal abgesehen. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein anderes Dach. Das da bleibt noch, weil ich glaube, ich wollte da oben noch was machen. Ach ja, genau, den Schornstein, den wollte ich noch bearbeiten. Aber ansonsten ist das schon echt schönes Gasthaus. Auch wenn es wirklich mehr mittelalterlich wirkt und nicht unbedingt nordisch. Aber gut, was wirkt hier schon wirklich nordisch? Nicht wirklich irgendwas, außer vielleicht ein bisschen halt die keltischen Knoten. Aber mehr auch nicht. Ne, das ist Boss-Ebene. Wir wollten in den Sumpf. So. Erstmal Sumpf. Dann in die Sumpf-Base. Und dann suchen wir uns das nächste Eisending. Aber erstmal bauen wir uns hier... Okay, ich glaube, ich muss erstmal Holz sammeln. Ich weiß, das ist kein Holz, aber... Man weiß nicht, wozu man es braucht. Boom. Hallo? Hallo? Achso. Ach nee, da ist das Ding ja. Ich dachte, das wäre weg. Okay, nee, steht doch... Steht noch da. Alles gut. Keine Panik. Wir haben alles. Oh. Hallöchen. Mit so einem wie dich hatte ich ja schon lange nichts mehr zu tun. Ich sollte was essen. Ich sollte was essen. Oh. Wow. Wie fies. Ähm. Wow. Das ging fix. Nebellände standen auf dem Programm? Was? Davon wüsste ich. Davon wüsste ich aber. Also klar, können wir gerne nochmal machen. Den... Den Jahrglut. Braucht den ja eh noch ein zweites Mal. Dann möchte ich ja bei diesem Mal die Flämmchen haben, bitte. Äh. So. Okay. Ähm. Haben wir? Das war so nicht geplant. Dann gehen wir nochmal kurz alles abräumen. Ne, ne, ne. Nicht eben den Nebel dann. Ach so, Nebel dann. Ne, vergiss es. Dann lieber die Ebene. Dann lieber nochmal Ebene. Ne, ne, ne. Are you going to battle Joghurt again? Ähm. I'm not sure. I'm not sure. Maybe. If others are willing to help me with that. But actually, I wanted to try it myself. By myself. I'm not sure. When you're talking about Joghurt, I always think about Spaceballs. Tu deine Wirkungsaft. Oh. Awesome. Quick before the Silver joins? What? Quick what? Pizza the Hutt? Ja. You know what I'm talking about. Yeah. No. Seriously. No. I'm not ready. I'm not ready for anything. Except I just want to build. I just want to relax for a change. I don't need that stress in my life right now. Ah. Yeah, we need wood. Again. Stop coming. Start going. No. Not today. Besides, I don't need to come anymore. I'm already here. And if you're talking about something else, I don't know what you're talking about. And, uh, yeah. So, was macht denn unser Schweinchen? Wie geht's denn da? Da ist eins. Wo ist das andere? Hallo? Da. Ist immer noch aufgewühlt. Was zum Henker? Wie geht's euch denn? Geht's euch gut? Ich schätze mal, die haben Hunger. Ich denke mal, ich muss mal wieder ein paar Himbeeren sammeln. Und Pilze. Vielleicht gebe ich denen erstmal ein paar Pilze, weil wir gerade nichts anderes haben. Die Himbeeren brauche ich vielleicht noch. Und hier sind gerade keine. Wir sind gerade nicht in der Saison. So. Oh, warte mal. Haben wir? Haben wir nicht. Okay. Schmeißen wir mal ein paar wunderschöne Pilze vor die Säue. I'm coming up with ideas in my head, what was on your mind. I don't know. What was on yours? Oh. Luft, Luft. Luft, Luft. Luft, Luft. Luft, Luft. Luft, Luft. Ja. Iiii. Lecker Pilzchen. Oder auch nicht. Sind die jetzt schon zahm? Die eine bestimmt, oder? Äh. Nee, sieht nicht so aus. Kitty? Kitty. Oh, tatsächlich. Indeed. Okay, wir sind gerade in der Alarmbereitschaft. Wir gehen mal wieder. Aber. Scheint langsam zu werden. Wir müssen den nochmal Bäume hinpflanzen, glaube ich. Hm. Und ich überlege, ob wir hier oben alles mit Lagerfeuern spicken sollen, damit wir halt einfach hier keine Gegner drin haben. Oder massenhaft Werkbänke, ich weiß es noch nicht. Da müssen wir gucken. So, Gerd, dann am Morgen vertreibt, kommen wir und sagen, wobei, wir haben es ja Abend gerade. Die Sonne geht ja unter nicht auf. Sammeln wir erstmal alles ein, was wir haben. Hier ist es noch nicht, aber, also es ist noch nicht alles, aber immerhin. Dann machen wir das wirklich so. Dann wird das, kommen hier die Rüben und die Zwiebeln und auf die andere Seite kommen die Möhren und dann haben wir die Möhren nur für die Wildschweine zum Füttern. I mean, I could call a kitty too, but I was referring to the cat. I know. I've seen that. But as you can see, Piddy is shy. No. Okay. Mr. Baila, could you tell me, is Silva actually online right now? Seems like, it takes some time. Not yet. Okay. Thank you. You just checked. Thank you. Thank you for checking. Du träumst von einem hellen Saal, der mit anmutigen Kriegern und schönen Jungfrauen gefüllt ist. Die Luft sumpft vom Gesang, die Bretter ächzen unter dem Gewicht von was auch immer. Äh, wenn wir schon mal hier sind, ne? Komm, wir machen mal hier die Betten weg. Wozu haben wir jetzt das Gasthaus, wenn wir die Betten nicht dafür benutzen? Am I a good noodle mod, Motsub? You are. You really are. You're doing a good job. So you're not a mod in my chat, but you're a special mod in my heart. Okay? Or something like that. I don't know. And you're doing great. You really do. Wir müssen ihn noch beleuchten. Der Gang hier ist schon mal sehr hübsch. Hier haben wir schon ein Bett drin. Und kommt jetzt hier. Okay. Wo kam das her? Vielleicht machen wir hier einfach zu. 2 rein. 2 rein. Der Rest muss warten. Dann machen wir mal drüben noch eins. Weil hier ist ja... Obwohl, hier ist auch recht weit. Oh, kein Holz mehr. Ja gut. Aber dann machen wir hier noch ein zweites Bett rein. Dann haben wir insgesamt 5 Betten. Und wer dann... Kuscheln mag. Der kann hier kuscheln. Und wer lieber einzeln schlafen will. Der pennt einzeln. Aber ihr hört euch sowieso alle gegenseitig. Also habt ihr eh Pech. He's the fellow streamer of the little innuendos until the guest comes online. What? What? You're doing good. What? What's... What's... Hä? Did I do something wrong? Did I say something wrong? I'm just stupid and didn't know. I'm sorry. I'm confused. You do stuff. I know. You do a lot of stuff. You do also a lot of good stuff. As far as I know. Okay, warte mal. Wie haben wir 27 und 24 und 36? Ja, klar. Wie ist es? Okay. Wie ist es? What about you? I wonder if Dudes PC is overheating too. Ah, well I hope not. Would be sad if she cannot make it today. So. oder immer das wieder raus das ist zum vögel jagen obwohl geht auch so okay aber soweit wird sagen auf geht maybe she is still setting up her her obs in der text quite a while so i don't blame her wieso brennt da hinten blaues licht da ist grünes wieso ist da blaues ok warum ist da blaues licht muss ich das verstehen alle stund egel immer schon mal hier sind immer die gleich mit sammeln aber jetzt bin ich doch echt irritiert über das blaue licht was ich gerade gesehen habe das waren definitiv keine oder war dass sie die sodel linge und es hat war einfach nur ein farbiger back das wäre gemein weil jetzt ist hier keine blaue flamme mehr ich sie nur sortlinge ich sehe nur grüne flämmchen weiter hinten und die gehören zu einem die machen ein bisschen krach computer sagt nein ja keine ahnung kurz gerade im kreis oh no hallo silva ja der pc doesn't want me to look any look in anywhere oh my god no tapping those 32 signs long passwords is oh my gosh no also sorry es tut mir so leid dass das nicht geklappt hat der frostner ist ja übelst nice ja gut jetzt gar nicht gesehen wenn ihr seid nein wo ist er denn wo ist er denn Ey, halt doch mal den Füßen still. Alter, mach mal den Füßen still. Die trefft doch sonst nicht. Oh, eingeschlafen. Steam denied Discord. Oh, wir sind empty in Blank. We are back on scenes. Oh, my gosh. That sounds really annoying. Oh, hi. Oh, hi. Hat nicht ganz geklappt. Die müssen wir uns zahlen. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Das klingt ja richtig gut bei dir heute. Oh, man. Mein Beileid wirklich. Aber hat er denn da eingestellt, dass da gar nichts funktioniert? Ist ja schlimm. Oh, Eisenschritt. Das lag hier rum? Kann das sogar sein. Alles klar. Dann auf jeden Fall erst mal... ...dass sie gedrückt. ...dass sie gedrückt auch nochmal von mir und genießt seinen Kaffee. Ich hoffe, das klappt heute noch. Aber fühle dich nicht zu sehr unter Druck gesetzt, okay? Also, außer vielleicht von dir selber. Na ja, wenn die Technik steigt. So, was erst mal rein? Oh. Theoretisch sind doch hier theoretisch eine Wurzel. Da könnte man eventuell die Wurzelküren mal wieder weitermachen, ne? So. Hier kommt der Glimmer noch rein. Hm. Und der, das kommt ja eh in die Küche. Auf dass wir irgendwann wieder Heiltränke machen können. Und ich muss sowieso nochmal her, weil ich hab den vergessen. Wie soll ich den Eisen besorgen, wenn ich nicht mal reinkomme in die Dinger? Und da sind wir gerade sehr elegant runtergeschlittert. Wow. Hm. Okay, nochmal in die Sümpfe. Alles mit Eisen vollhauen. Und dann hoffen, vielleicht ziehen wir die Sümpfe ein bisschen um. Da ist eine. Und da ist eine. Nee, eigentlich können wir hier auch schon stehen bleiben. Ich brauch nur ein bisschen Holz vielleicht, um hier nochmal eine Truhe zu bauen. Dann könnte man hier die Truhe bauen und, äh, hallo. Wie viel Holz? Sieben. Hm. Das werden wir hier. Was in der Tour dann halt einfach mal, äh, ganze Eisen sammeln. Und dann nach und nach dann wieder zum Boot schleppen. Na, dann behalten wir hier die Base erstmal bei. So, Trüchen. Wir hatten hier schon komplett abgebaut, sonst, äh, hätte ich hier, glaube ich, noch den Lichter dran. Okay. Äh, auf den nächsten. Die ist ja da drüben. Immer was können wir mal jetzt mal einen Weg dahin. Ich will mir meine Füße nicht nass machen. Vielleicht hat es schon wieder überall so verdächtigt. Noink. Hair-Bubbles. Hm. No, you're talking so silver. Sorry. No. Eisen. Wir pro peisen. Wir brauchen eine Badewanne. Gib mich. Gib mich alles. Ich will eine Badewanne. Und alles, was ich extra kriege, umso besser. Was ist das Ding? Nein, noch irgendwas, ne. Sieht gut aus. Sieht noch besser aus, weil jetzt sehe ich was. Ja. Oh, hier ist ja nichts. Schönes, heißes Bad machen. Das können wir nach dem Sumpfi aber auch wirklich gut gebrauchen, glaube ich. Ja. Äh, den nehmen wir nicht mit. Den Knochenwanzen brauchen wir nun wirklich nicht nochmal. Und die ganzen Leuchtpilze nehme ich immer mit. Oh. Pissen sollte man? Einfach nein? Funktioniert so gar nicht gerade? Du musst dich nicht bei mir entschuldigen. Dann musst du dich dein Kumpel da bei dir entschuldigen, dafür, dass sein PC halt so absolut nichts auf die Reihe kriegt. Oh, Rudin sagt, nicht heute. Huh. Ich bin wirklich sorry über das. Vielleicht beim nächsten Mal. Huh? ich war hier noch gar nicht fertig kann dann darf dann noch gar nicht rein ich muss sie und dies macht es bestimmt selber auch vor ich gott no game saves von wild steams is like i just that now i I knew you might lose all of all data. Oh no. Is this super corrupt? Why is that? Wow. Ich weiß nicht, gut. Hier? Ja. Das, das, das da Fein, das da Fein, das. Das braucht man nun wirklich nicht. Das müssen wir auf jeden Fall. So, da drüben nicht noch was. So was nimmt man noch gerne mit? Ähm, normalerweise, ja, speichert das in der Cloud, aber nicht immer. Ich hatte das jetzt auch schon, dass, äh, weiß ich nicht, die letzte Speicherung in die Cloud irgendwann im Juni stattfand. Obwohl ich halt in der Zwischenzeit zwei Monate gespielt hatte. Also... Ja, weiß ich nicht, die Einstellungen auf dem Laptop da sind dann aber auch wirklich, äh, allererste Scheiße, würde ich jetzt mal sagen. Sorry, wenn ich dann mal so direkt bin, aber... Ah, das ist echt ein Mist. Ah, das ist echt ein Mist. Ah, das ist echt ein Mist. Ah, wow. Aber man will, man will, man will, man will es aber auch nicht wissen, wa? ich hatte viel zu viel ist ja wunderbar immer noch zu viel vermuten dass sie wasser kühlung die zu wenig druck liquid hat was sagen wieso brennt so komisch aber ja das war ich wie gesagt ich will ganz doll ist da alles nächste woche aber hey lieber lieber nächste woche als gar nicht nur reparabel das geht ja noch schon ärgerlich jetzt kommen wir nicht an auf zur nächsten baustelle bis auf das bleibt bleiben dann schnappen uns das nach und das nach und klingt die nach und ist hier richtig schön dunkel